Wir sind Ensemble Musiker Sequenza und präsentieren das Programm Sampling Barock. Es geht um einen Dialog zwischen alter Musik, Händel und auf der anderen Seite Live Elektronik. Alte Musik lebt von Affekten, es geht um Ausdruck und Leidenschaft und die ist hart, die hat Power und hochdramatisch und dann aber dazu mit der Elektronik ist das für uns geht es um nicht nur eine Remix, sondern es geht um Elektronik als Kammermusikpartner an Bord dabei zu haben. Und dann versuchen wir halt das Konzertpublikum einfach so richtig zu begeistern dafür, dass diese alte Musik total zeitgemäß ist. Die Instrumente, die wir dabei haben, stammen aus der barocken Zeit. Wir spielen auf Darmseiten, haben die Geigen und der Orbel, Cembalo und Barock-Fagot spiele ich. Absolut unterhaltsam und da ich ein Fan dieser Barockmusik von Händel bin, hat mich die Percussion nicht gestört, bereichert, auch der optische Hintergrund. Also ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Ausdruck